und damit willkommen zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe heute geht es um zorin os das oder die distribution die wahrscheinlich einige von euch auf dem schirm haben werden weil sie vor allem als windows alternative von vielen angepriesen wird auf youtube aber auch zorin os selber macht das so ein bisschen zurecht weil es eine coole distrik ist weil es eine coole art ist linux zu erleben und vor allem weil da als unterbau ubuntu in der lts version vorhanden ist also lange zeit unterstützung und so weiter ist gegeben coole sache auf jeden fall und das möchte ich heute mit euch mal so ein bisschen angucken die distribution selber kommt wie ihr sehen könnt tatsächlich aus irland das wusste ich zum beispiel selber tatsächlich gar nicht dass der aus irland so kommt aber finde ich eine coole sache und es gibt als genom und xfce variante die ist natürlich sehr sehr stark wie ihr gesehen habt ihr angepasst bevor wir zur installation gehen zeige ich euch wie immer ab jetzt die homepage damit wir uns so einen kleinen überblick verschaffen und damit ihr so ein bisschen bescheid wisst und so weiter und sofort das ist die homepage von zorin os und ihr seht hier oben schon es gibt hier zorin os dann zorin os grid und computers oder eben hilfe wir haben natürlich zorin os in der version 16.3 so sieht eben zorin os aus und es gibt von zorin os tatsächlich verschiedene varianten wenn wir hier nämlich auf release klicken dann haben wir verschiedene varianten hier sehen wir eben alles was ist neu an zorin os das schauen wir aber dann in dem grundlagen video wenn ich hier zum beispiel auf computers klicke dann sehen wir hier zum beispiel laptops oder eben pc's mit vorinstallierten zorin os das finde ich persönlich richtig cool also man kann quasi auch schon entsprechend sagen hey ich möchte gerne vor konfiguriertes notebook mit zorin os mit sogar mit einer relativ mit einer top aktuellen nvidia cpu finde ich ziemlich cool da könnt ihr euch auch mal so ein bisschen rein fuchsen so ein bisschen reinschnubbeln da ist sicherlich auch für den einen oder anderen was dabei wenn ich auf zorin os grid gehe dann ist es hier seht ihr das ist coming soon das ist eine ja verwaltungsoberfläche so wie das aussieht natürlich so ein bisschen wie baramundi beziehungsweise von novel beziehungsweise zenworks da kann man nämlich die verschiedenen software patches updates und so weiter installieren von einem hauptrechner quasi aus von einer hauptzentrale finde ich ziemlich 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 cool wenn das kommt also wäre sicherlich auch eine coole alternative zu den an zu den genannten im linux umfeld gibt es ja nicht so richtig gutes was sage ich mal was jetzt irgendwie gut zu bedienen ist das wäre sicherlich eine coole alternative auf jeden fall oder kann man auf jeden fall sagen mensch das ist eine richtig coole sache werde ich auf jeden fall berichten wenn es soweit da ist dann gehen wir nochmal auf zorin os dann hier auf ja dann haben wir hier natürlich die verschiedenen versionen wir haben hier natürlich auch eine schulversion wir gehen hier mal auf download und da schlägt er mir gerade tatsächlich da die pro version vor es gibt nämlich von zorin os auch wie wir sehen können eine kaufversion ja mir ist beim schneiden des videos hier bin ich gerade noch am schneiden tatsächlich etwas aufgefallen was ich vollkommen vergessen habe und zwar gibt es natürlich zorin os selbstverständlich auch in einer sogenannten schulversion die man sich herunterladen kann natürlich auch da sind halt so sachen drin für die schule ne zum beispiel diese das hier mit dem programmieren leicht lernen kann oder natürlich auch sowas also entsprechend wenn man eben schaltkreise macht und so weiter hier also mit mit dem arduino board also ziemlich ziemlich cool und natürlich ist das ganze auch ausgelegt für rechner die natürlich nicht so leistungsstark sind wollte ich euch nur gesagt haben dass es eine ziemlich ziemlich coole sache ist genauso wie hier auch im klassenraum controlling also ist eine coole sache da sieht man nämlich auch was die aber was die schüler schüler nach ihren rechnern machen coole sache auf jeden fall und entsprechend kann man sich das ganze natürlich auch hier kostenlos herunterladen es gibt der download und wir haben natürlich zwei versionen die normale oder eben die leid je nachdem wie das ganze möchten das wollte ich euch nur noch gesagt haben ist mir tatsächlich untergegangen ja aber ja dann wirst du schon und ich gehe weiter an den vergangenheitslinien und tschüss mit diversen features die kaufversion kostet hier im fall 39 dollar es gibt aber auch natürlich hier kostenlos die core version für moderne rechner sage ich mal aber auch die light version für ja für etwas schwächere rechner eben hier 15 jahre alte mühlen sage ich mal dafür ist zogen es leid gemacht da müssen natürlich so müssen auch schauen da gibt es natürlich vielleicht gewisse sachen nicht diesen zonen und es core gibt wenn ich nämlich weiter runter scrollen sehen wir nämlich hier was ist denn so in der light version drin und dann sehen wir überall wo haken drin ist libre office suite natürlich die advanced desktop basiert auch natürlich genau ist nicht drin klar weil wir hier xfce haben als standard mäßigen dann zur reno s connect eine ziemlich ziemlich coole sache wie ich finde ist ein bisschen angelehnt an kde connect würde ich sagen ziemlich ziemlich coole sache dazu werde ich auf jeden fall definitiv auch ein video machen das sieht auf jeden fall sehr spannend aus dann haben wir natürlich sowas standard desktop layout klar wenn ich verschiedene sachen machen will zum beispiel wie jetzt hier premium desktop layout als beispiel zum beispiel das wäre dann quasi ist das hier dass ich jetzt hier zum beispiel windows 11 like das ganze mache oder zum beispiel mac os like dann ja das sind halt die premium features die muss man quasi gibt es nur in der pro version ob das jetzt so gut ist oder nicht muss ich über sich entscheiden dann haben wir natürlich hier noch den sogenannten so geno s installation support ob es das braucht wirklich das muss ich über sich entscheiden deswegen mache ich ja auch diese youtube videos damit vielleicht nicht unbedingt installation support braucht damit es wirklich jeder easy peasy verstehen kann deswegen halte ich mich auch so gut wie es geht an die sachen kurz dann haben wir natürlich noch verschiedene artworks oder eben hier auch verschiedene software hier seht ihr hier die natürlich zusätzlich zum beispiel mitgeliefert wird die kann man aber auch jeder die man natürlich auch hier noch separat alle nach installieren da müssen natürlich so müssen schauen ist halt ich sage mal ein komfort feature wenn natürlich gewisse software schon mit installiert ist wo ihr euch selber keinen kopf drum machen müsst das ist auch sehr sehr spannend wie ich persönlich finde natürlich ist definitiv auch der umstand dass man natürlich auch premium desktop layouts im hrv schon gezeigt hat oder eben halt hier die verschiedenen apps sieht natürlich ziemlich ziemlich cool aus vor allem wenn halt schon sachen gewisse software vorinstalliert ist aber die meiste software eben hier gibt blender und so weiter kann man sich alles nach installieren kostenlos dazu mache ich ja auch das grundlagen video so wenn ich sagen wechseln wir mal zum reiter ja wie installieren wir das dann sehen wir uns gleich wieder so wir sind jetzt quasi hier oder haben vom usb stick gestartet das würde ich euch im fall übrigens auch empfehlen dass ihr ein usb stick nimmt mindestens am besten natürlich 8 gb wenn ich sogar am liebsten 32 oder 16 gb da müsste so ein bisschen schauen ich persönlich habe hier sehr sehr viele 32 gb sticks rumfliegen die reichen mir nach wie vor bei der doch wunderbar und solange die bereichen und da keine kaputt geht kaufe ich das auch keine neuen müsste selber wissen wie er das macht auf jeden fall wir wollen hier zur oder es installieren wir können aber auch das ganze natürlich einfach testen wir können im abgesicherten grafikmodus oder mit nvidia treibern sofern wie der grafikkarte habt das ganze booten inwieweit sich das auswirkt wenn ich mit mit nvidia grafik treibern boot habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert wir gehen jetzt hier auf die normale variante ein deswegen klicken wir hier mit der enter taste bestätigen das ganze da könnt ihr mir mal eure kommentare beziehungsweise eure meinung meinen kommentare schnuppeln wie gesagt was ihr davon haltet was ihr grundsätzlich von dieser linux distribution haltet hier macht er jetzt gerade eine self scan den ich jetzt gerade tatsächlich abbrechen werde beziehungsweise nicht abbrechen kann dabei jetzt kann ich schnell genug lassen wir den mal kurz durchlaufen da prüfer quasi die md 5 summe komplett ob da alles in ordnung ist oder ob da irgendwelche komplikationen gibt wenn ich ja gut das heißt natürlich macht und er hat und ihr habt jetzt gerade gesehen er hat keine fehler gefunden das finde ich immer ganz ganz gut wenn er welche findet denke ich mal wird er die versuchen selber zu reparieren sehen hier zorin os und jetzt gleich kann ich hier entsprechend genau entsprechend auch einfach sagen ich möchte das ganze ausprobieren da kann man natürlich schon mal so ein bisschen ich sage mal zorin os luft schnuppern wir wollen aber das ganze natürlich gerade installieren also ich finde den start sound ziemlich cool und ich bin es ehrlich gesagt gar nicht mehr so gewohnt dass betriebssysteme überhaupt noch start sound zu haben weil irgendwie und windows 10 11 ist man das nicht mehr so gewohnt start sound zu haben wir gehen hier links im menü auf deutsch dann ist sage ich jetzt so als installieren ich kann natürlich auch wenn ich will das ganze ausprobieren ich will es aber installieren hat einfach den hintergrund dass ich das ganze installieren will wir sehen natürlich hier auch entsprechend sehe ich hier dass das ganze doch ein bisschen klein geraten ist das ist natürlich so ein bisschen kleiner nachteil aber wir wissen es dann natürlich schon zu helfen dann möchte ich natürlich gerne dass ich ja man kann natürlich hier entsprechend an einer erfolgszählung teilnehmen oder eben nicht mache jetzt mal einen haken hier rein dann natürlich während jetzt keiner machen mache ich den haken raus und software von drittanbietern möchte ich auch gerne das ist für mich in ordnung ich klicke auf weiter es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an wie schnell ist euer internet wenn euer internet grütze ist wenn ihr noch 1000 leitung habt was mir was ich vorstellen kann dann wird es natürlich richtig langsam richtig quälend jetzt haben wir die möglichkeit die festplatte komplett zu löschen und so zu installieren wir können aber auch natürlich die erweiterten sachen einstellen das lasse ich jetzt aber und klicke ich hier auf die jetzt installieren hat einfach den hintergrund dass ich so einfach für möglich halten möchte wir klicken hier auf weiter er tut hier bei der way next vier partition anliegen also kein btrfs oder weisen oder whatever dann haben wir die zeitzone in meinem fall hier zürich die ändere ich aber um tatsächlich auf berlin prenslauer berg zum beispiel das klingt doch ganz gut klick auf weiter dann haben wir hier natürlich den punkt benutzernamen ich in meinem fall sagt duks und jetzt will er das passwort standardmäßig natürlich und ich will mich gerne automatisch anmelden das ist super irgendwie brauche ich nicht nutze ich nicht habe ich nicht deswegen tue ich hier den haken raus und wir sehen hier nur als wird installiert also ich finde dieses bild hier schon mal richtig cool und das hier ist bei der way das wallpaper erinnert mich stark so ein bisschen an mac os x an die 10.1 10.2 10.3 version noch von ganz ganz früher auf jeden fall eine coole sache und wir lassen das ganze system jetzt hier mal installieren so ihr seht jetzt ist zone es so gut wie installiert und er tut jetzt kann die ganzen seht ihr language pakete und so weiter rausschmeißen die er während der installation angelegt habt schreibt mir auch in meine kommentare ich würde mal einfach ich hätte ich habe bock auf regen austausch mit euch weil ich es einfach sehr spannend finde weil ich zone es eine sehr sehr coole distribution finde gerade wenn man und auch von der windows welt kommt klar es gibt natürlich andere distribution linux mint und so weiter klar natürlich aber nichtsdestotrotz ich finde zone es halt hat 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 etwas von der optik von der grafik man fühlt sich sofort wohl bei zone es glaube ich auch ich glaube das ist auch das warum zone es sehr beliebt ist es ist natürlich nicht die beliebteste distribution das ist glaube ich nach wie vor linux mint oder mx linux jetzt neu natürlich auch aber warten wir ab wir können beide auch hier drauf klicken dann würden wir hier sogar sehen was er macht weil natürlich die auflösung so gering ist da sehen wir natürlich nicht wirklich viel deswegen tut es wieder so schön zusammen klappen und wir sehen jetzt tut er gerade das grundsystem installieren da bin ich mal gespannt schreibt mir doch machen die kommentare wie lange dauert das bei euch mit dem grundsystem installieren wenn er jetzt die meisten werden wahrscheinlich eine 500 gigabyte ssd nämlich anhaben habe ich auch noch tatsächlich noch eine sata werde aber sehr wahrscheinlich auf eine samsung umrüsten beziehungsweise auf eine m.2 von samsung da muss man noch überlegen welche genau denke mal ein terabyte wird mir reichen weil ich doch jetzt so langsam merken 512 gigabyte sind doch sehr sehr knapp bei mir und hätte ich nicht die 20 terabyte hdd und die 10 terabyte hdd als datengrab bei mir drin dann hätte ich die ganze zeit probleme mit videos aufnehmen betrifft wegen dem speicher weil er müsste es immer wieder auslagen auf mein sinology nas so wir klicken jetzt hier auf jetzt neu starten da ja wir da wir alles quasi wunderbar abgeschlossen haben jetzt sagt ihr please to remove the installations medium beziehungsweise wenn ihr noch das auf dem dvd gebrannt habt kommt es jetzt aus dem laufwerk raus oder wenn den usb stick habt könnt ihr das ganze jetzt auch vom usb stick trennen wir sagen enter jetzt startet mein virtuelle computer hier ganz normal neu und entsprechend sollten wir uns dann auch ganz normal in zurin us wieder finden das erste mal booten ihr kennt dauert immer so ein bisschen und vor allem in der virtuellen maschine dauert es noch mal einen kleinen moment länger das ist ganz wichtig weil er halt jetzt nicht die power je nachdem hat als jetzt unter will beziehungsweise alles auf echter hardware das müsst ihr euch das müsst ihr euch bewusst sein das dauert immer so einen kleinen moment länger so da haben wir hier schon das zonen us ich nenne jetzt mal die boot animation jawohl tada zonen us und wir sehen jetzt hier auch ganz entspannt den cursor tada ich wunderbar zonen us hervorragend ich tue jetzt immer ganz kurz die display auflösung ein klein wenig höher drehen damit es ein bisschen besser sehen könnt wunderbar hat funktioniert und ich würde sagen wir sehen uns beim grundlagen video wieder danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss